Ich werde jetzt hier am iPad gleich aufzeigen, warum du dauernd in der Friendzone landest oder warum du sogar schon in der Friendzone drinsteckst bei einer Frau, die du gerne daten würdest. Schau dir dieses Video auch an, wenn du schon andere Videos zum Thema Friendzone angeschaut hast. Weil, sind wir ehrlich, bisher hat sich nicht wirklich was bei dir verändert. Weil du hast wahrscheinlich eh keinen Bock mehr, die ganze Zeit von Frauen zu hören, dass sie keine Zeit für dich haben, dass du nett bist, aber nicht der Richtige oder dass sie aktuell niemanden sucht und so weiter, diese ganzen Ausreden und dass du nicht wirklich als Mann wahrgenommen wirst, sondern als gewisses Etwas, als neutrales, eine neutrale Person, die überhaupt nicht relevant ist als Partner oder als One-Night-Stand eventuell. Und es kann auch sein, dass du schon Dates hast, aber bei den Frauen, die dir wirklich gut gefallen, da landest du dann in der Friendzone und weißt nicht genau, woran es liegt. Und sind wir ehrlich, was Frauen eigentlich mit diesen ganzen Ausreden meinen, ist, ich habe kein Interesse an dir als Mann. Ich nehme dich nicht oder respektiere dich nicht als potenziellen Partner. Und es liegt daran, dass die meisten Männer nicht verstehen, wie weibliche Anziehung eigentlich funktioniert. Weil Frauen, um dich daten zu wollen oder als Partner wahrnehmen zu wollen, brauchen erstmal dir gegenüber Vertrauen, ich hoffe, man kann es lesen, und aber genauso Anziehung. Und wenn sie keine Anziehung dir gegenüber empfindet, kann sie noch so viel Vertrauen dir gegenüber empfinden, aber du wirst nicht als Partner interessant sein. Und hier gibt es eine kritische Schwelle, und zwar, wenn du hier vor dieser Schwelle bist, dann bedeutet das, dass du einfach nicht als Partner interessant bist. Jetzt kann sein, dass du auch nicht wirklich vertrauenswürdig bist, also dass du quasi hier unten bist, dann will sie überhaupt keine Zeit mit dir verbringen, also du bist unsichtbar. Oder du bist zumindest vertrauenswürdig, dann passiert Folgendes, du landest in der sogenannten Friendzone, über die wir heute reden. Also es bedeutet, Vertrauen passt eigentlich bei dir. Was dir aber noch fehlt, ist eben die Anziehung. Das bedeutet, du musst jetzt von hier Anziehung entwickeln, und dann landest du in der Beziehungszone, wo sie sich mehr mit dir vorstellen kann. Und natürlich wichtig zu verstehen, das ist alles unbewusst. Die Frauen überlegen sich das nicht, zeichnen sich jetzt nicht diesen Chart auf, sondern es passiert im Unterbewusstsein, und sie findet dich dann vielleicht nett, oder sogar optisch attraktiv, aber sie fühlt es nicht bei dir, und sie kann nicht genau sagen, was eigentlich das Problem ist. Deswegen macht es oft auch keinen Sinn, die Frau zu fragen, warum sie dich eben nicht in dieser Beziehungszone hier sieht, sondern nur als Freund, weil sie weiß es selber nicht, sie fühlt es einfach nicht so richtig bei dir. Und das Gleiche kann natürlich auch in einer Beziehung passieren, dass die Anziehung hier verloren geht, und du dann wieder in der Friendzone landest, oder einfach zu langweilig wirst, und sie deswegen dann irgendwann die Anziehung oder die Liebe dir gegenüber verliert. Lass uns jetzt mal darüber reden, warum die Frau Anziehung dir gegenüber verliert. Ein wichtiger Grund ist, dass dein Frame zu schwach ist. Und ich zeichne dir das Ganze mal auf. Das hier soll ein Mensch sein, soll Mann sein, soll es vielleicht du sein. Jeder hat so einen gewissen Frame. Und Frame bedeutet in der Psychologie, deine Einstellungen, deine Überzeugungen und wie sehr du dahinter stehst. Und je mehr du dahinter stehst, desto stärker ist dein Frame. Also könnte bedeuten, du hast jetzt hier so deine Einstellungen, deine Glaubenssätze und so weiter. Jetzt kommt die Frau ins Spiel, die du datest. Das soll eine Frau sein hier. Und die hat ihren eigenen Frame. Und der ist vielleicht anders. Andere Überzeugungen und so weiter. Und wenn du jetzt einen schwachen Frame hast, dann passiert mit der Zeit folgendes. Und zwar ihr Frame dehnt sich aus und übernimmt deinen Frame. Und irgendwann hast du die Dynamik, dass sie die Hosen anhat in der Beziehung oder im Gespräch vielleicht sogar schon. Und du nicht mehr. Und dementsprechend verliert sie Interesse, weil Frauen wollen einen Mann, dem sie sich anpassen können. Also der letztendlich quasi, der selber den stärkeren Frame hat, dem sie sich anpassen kann, dann entwickelt sie Anziehung. Also dementsprechend so beugst du vor, in der Friendzone zu landen. Und im Gegenzug, das ist oft ein Grund, dass du in der Friendzone landest, dass du es nicht richtig hinbekommst. Ein weiterer Grund ist, dass du dich für deine Sexualität schämst. Und das merkst du daran, dass du nicht über dieses Thema reden kannst. Du versuchst es zu vermeiden. Du entfließt der Situation, wenn dieses Thema aufkommt. Oder du läufst vielleicht sogar rot an. Du fühlst dich unwohl und steif, wenn du mit einer Frau vor allem auch über dieses Thema redest. Und das kommt meistens daher, dass du, das war wie dein Mensch sein, dass du negative Glaubenssätze empfindest gegenüber Sex. Du denkst vielleicht, das ist irgendwie was Schlechtes. Und Frauen mögen keinen Sex. Das ist aber nicht der Fall. Frauen mögen sehr wohl Sex. Und es ist sehr wichtig, dass du diesen Glaubenssatz löst, dass du den löscht und durch einen positiven ersetzt. Auf der anderen Seite kann auch sein, dass die Blockade emotionaler Natur ist. Also, dass du zum Beispiel Scham empfindest, wenn dieses Thema aufkommt. Also, ihr redet über das Thema Sex. Vielleicht bist du sogar noch weniger erfahren in dem Bereich oder sowas. Und denkst, das ist was Schlechtes. Und dadurch wird die Emotionen Scham getriggert. Und du wirst eben dadurch blockiert. Du fühlst dich unwohl. Und was du hier erreichen musst, ist, dass du diese Emotionen verarbeitest, indem du sie loslässt. Und das bringen wir im Coaching nochmal im Detail bei. Das ist ein bisschen komplexer. Ein weiteres Problem, warum du öfter in der Friendzone landest, ist, dass du einfach untergehst in einer Gruppe. Du bist gar nicht interessant. Du hast nicht deine eigene Meinung. Das heißt jetzt nicht, dass du immer der Lauteste sein musst, aber du musst deine eigene Meinung haben in der Gruppe und respektiert werden von den anderen. Du bist dann so einer von vielen in der Gruppe und wirst irgendwie so gar nicht wahrgenommen und gehst unter. Und alle anderen haben so eine starke Meinung. Und du irgendwie nicht. Du sagst so nie deine Meinung. Sowas ist schlecht. Also, Frauen wollen auch, dass du mal deine Meinung sagen kannst oder dass du auch mal einfach sagen kannst, was du denkst oder auch für irgendwas einstehen kannst. Also, das musst du unbedingt lernen. Ein weiteres häufiges Problem ist, dass du ein Nice Guy bist. Ja, so genannter Nice Guy oder Nice Guy-Syndrom. Das bedeutet, du hast in deiner Vergangenheit Dinge erlebt, die emotionale Probleme bei dir kreiert haben. Also, du fühlst dich nicht so selbstbewusst, wie du dich fühlen solltest. Und dadurch entstehen viele weitere Probleme. Wenn du nämlich ein Nice Guy bist, ja, das soll hier ein Nice Guy sein, dann hast du das Problem, dass du nicht deine Meinung sagen kannst zum Beispiel. Du hast das Problem, dass du Frauen auf ein Podest stellst zum Beispiel. Machen eigentlich fast alle Nice Guys. Du hast negative Glaubenssätze zum Beispiel gegenüber Sex oder gegenüber anderer Männer, die guten Frauen sind. Du denkst, das ist was Schlechtes. Du hast auch negative Glaubenssätze gegenüber dich durchzusetzen und so weiter. Also, es gibt ganz viele negative Dinge, die dadurch entstehen. Und Nice Guy-Problematik kommt immer daher, dass du irgendwann gelernt hast in deiner Kindheit, dass es besser ist, anderen zu gefallen, als einfach authentisch zu sein. Ja, weil authentisch sein hat irgendwie bedeutet, dass du, ja, Probleme hattest. Ja, dass du irgendwie von deinem Vater dafür blöd angemacht wurdest oder schlechte Erfahrungen gemacht hast, hast mal deine echte Meinung gesagt und dann hast du den Glaubenssatz entwickelt, authentisch sein ist gefährlich. Und jetzt denkst du, du musst dich verstellen und immer sympathisch sein bei Menschen oder dich anpassen. Nur dann bist du ein liebenswerter Mann. Aber genau das ist eben falsch. Sondern du musst verstehen, dass authentisch sein viel besser funktioniert im sozialen Kontext. Also bei Menschen, aber vor allem auch viel wichtiger bei Frauen. Es kann sein, dass du bei anderen Männern sogar ganz okay ankommst und dass sie damit irgendwie zurechtkommen, weil die achten dann nicht so drauf und Frauen kommen damit wahrscheinlich auch zurecht. Aber die fühlen es nicht bei dir. Also die fühlen keine Anziehung dir gegenüber. Und deswegen musst du lernen, dass das hier tatsächlich was Gutes ist. Also du musst diesen Glaubenssatz hier musst du löschen, dauerhaft musst du weglöschen hier und dann hast du dieses Problem nicht mehr. Dauert natürlich auch eine Zeit lang. Sowas machen wir zum Beispiel auch im Detail im Coaching. Jetzt habe ich dir einige Fehler gezeigt, warum du in der Friendzone landest und warum du immer diese Probleme hast, dass Frauen dich ablehnen, dass sie das Interesse an dir verlieren, auch beim Schreiben, Aufentreffen. Völlig egal. Und du immer diese blöden Situationen hast. Ja und jetzt werde ich dir mal zeigen, was du konkret machen kannst, um da rauszukommen, welche Steps du konkret gehen kannst, damit andere Männer in der Friendzone landen und Frauen sich für dich entscheiden. Weil jetzt endlich das Gute ist, du musst dich dafür nicht mal eben verstellen, sondern das, was du mitbringst, kannst du sogar hebeln, um noch besser bei Frauen anzukommen, als die meisten von diesen Playern oder diesen Arschlöchern die Frauen nicht gut behandeln. Also dementsprechend, lass uns jetzt mal rein starten. Wie gesagt, für Frauen ist es sehr wichtig, dass sie dir vertrauen können. Ja und wenn du jetzt eben in der Friendzone bist, also hier noch die Spannung quasi ist auch wichtig, Anziehung, je nachdem. Und wie gesagt, wenn du in der Friendzone bist, dann vertraut sie dir schon sehr, sehr viel. Aber es fehlt halt einfach hier bisher die Spannung oder die Anziehung. Das bedeutet, was wir jetzt erreichen müssen, ist eben, dass du hier rüberkommst und was die meisten netten Männer oder die Männer, die in der Friendzone landen nicht verstehen, ist, dass nicht das Problem ist, dass sie hier so hoch oben auf der Vertrauensskala sind, sondern dass es sogar essentiell wichtig ist. Also viele Player oder sogenannten Arschlöcher, die du bestimmt sicherlich auch mitbekommen hast, wo dir vielleicht mal eine beste Freundin von dir, die du eigentlich daten willst, erzählt, dass sie den gerade datet und mit dem im Bett gelandet ist und der sich schlecht behandelt, aber sie ihn trotzdem datet. Diese Typen, die haben auch ein Problem, was du vielleicht gar nicht so wahrnimmst aus deiner Situation raus. Und zwar, die haben zwar sehr viel Spannung oder Anziehung, wie sie empfinden, ich mache mal MP für Player. Das Problem ist, bei denen, das Vertrauen ist halt sehr niedrig und das führt dazu, dass Frauen, die nicht langfristig daten wollen. Also die Beziehungszone, da kommst du nur rein, wenn du beides halt erfüllst. Also das heißt, die haben auch immer wieder ein Problem. Und was du jetzt hinbekommen musst, nicht aufzuhören, nett zu sein, nicht aufzuhören, Frauen gut zu behandeln, nicht auch Zeiten, Frauen zu stecken und so weiter, sondern du musst was ergänzen und zwar musst du eben hier diese anziehenden Eigenschaften ergänzen. Und was dir hier eben hilft, ist natürlich diese Fehler, die ich dir gesagt habe, zu vermeiden, aber auch maskuline Eigenschaften zu ergänzen. Und was maskuline Eigenschaften sind, lass uns darauf kurz eingehen. Maskuline Eigenschaften bedeutet, wie viel Anziehung löst du durch dein Verhalten bei ihr aus. Und maskulin kommst du immer rüber, wenn du ein gutes Selbstbewusstsein hast. Wenn du deine, wenn du nicht sehr, sehr emotional handelst, dann wirst du feminin wahrgenommen, wenn du dich mal irgendwie traurig fühlst, zum Beispiel, dass du dann nicht machst, nichts machst und auf der Couch liegst und dir irgendwelche Musik anhörst. Das wäre feminin. Wenn du dich aber maskulin verhältst, dann machst du trotzdem das, was getan werden muss, unterdrückst die Emotionen nicht, aber lässt sie zu. Also du bist jemand, der objektiv, rational entscheiden kann. Und unter anderem zu maskulinen Qualitäten zählen auch so Dinge wie Ziele verfolgen, Ziele erreichen, Entscheidungen treffen. Auch sehr, sehr wichtig, dass du auch die Führung übernimmst. Auf dem Date zum Beispiel, dass die Frau merkt, dass du nicht passiv bist, sondern aktiv bist. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du zu passiv bist, landest du auch oft in der Friendzone. Also das bedeutet aktiv sein, eine gewisse Dominanz auch, ohne die Frau zu unterdrücken. Sehr, sehr attraktiv. Wollen fast alle Frauen haben. Diese Dinge, die musst du jetzt ergänzen. Einfach selbstbewusster auftreten. Auch eine bessere Körpersprache hilft übrigens auch. Und ganz ehrlich, natürlich auch Status und Aussehen zählen hier mit rein. Also das bedeutet, wenn andere Männer dich respektieren, zählt auch hier mit rein. Wenn du gut aussiehst, zählt auch hier mit rein. Wenn du fit bist, zählt auch hier mit rein. Also daran kannst du, wenn du möchtest, auch arbeiten, damit du dann in diese Kategorie hier reinkommst und hast es relativ leicht eigentlich, weil die Basis schon da ist. Also du musst bloß ein paar Glaubenssätze löschen, ein paar neue Dinge erlernen und dann kannst du sehr gut hier in die Beziehungskategorie reinkommen. So, jetzt habe ich dir genau erklärt, wieso du in der Friendzone landest und was du konkret machen musst, um da wieder rauszukommen. Wenn du individuelle Unterstützung willst, wenn du willst, dass wir uns mal anschauen, was zum Beispiel bei dir passiert ist, wieso du ein Nice-Gay-Syndrom hast oder warum du eigentlich in meiner Friendzone landest, welche maskulinen Eigenschaften dir überhaupt fehlen, weil oft nimmt man selber ja gar nicht so richtig wahr. Dann buch dir gerne mal ein Gespräch mit uns, du findest den Link hier unter dem Video. Ansonsten folge auch gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Mach's gut. Ciao.